Auf unserer Expedition über die Insel der Rhetorik werden wir unterwegs vermutlich auch hin und wieder Menschen treffen. Menschen, die uns wohlgesonnen sind, andere, denen wir völlig gleichgültig sind und vielleicht auch solchen, die uns aus welchen Gründen auch immer abzulehnen scheinen. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine anderen, soll Konrad Adenauer einmal gesagt haben. Genau diese Einstellung, die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Diese Einstellung erwarte ich übrigens von jeder Rednerin und von jedem Redner. Doch hat jeder diese Einstellung? Wenn ich an manche Politiker denke, dann habe ich da so meine Zweifel. Ich bin fast sicher, dass ihnen sofort der eine oder die andere einfällt. Und tatsächlich gibt es Vorbilder, die sich der sogenannten schwarzen Rhetorik rühmen. Kurz zur Information. Bei der schwarzen Rhetorik geht es darum, Menschen mit Worten durch undurchschaubares, aber geschicktes Vorgehen zu manipulieren, um das zu erhalten, was man will. Es geht im Grunde genommen darum, geistige Brandstiftung zu bestreiben. Und es geht darum, sich ohne Rücksicht auf andere einen Vorteil zu verschaffen. Dem französischen Bischof und Politiker Charles-Maurice de Tailleron zum Beispiel wird die etwas zynische Aussage zugeschrieben, die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verheimlichen. Oder mit anderen Worten, viel reden, viel andeuten und dabei nichts Konkretes sagen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard formulierte es etwas anders. Dem Menschen ist die Sprache gegeben, um zu verheimlichen, dass er keine Gedanken hat. Ja, mit Wörtern kann man ganz schönen Unfug treiben. Und genau deshalb ist mir dieses Kapitel über die Einstellung des Redners zum Zuhörer, ich möchte sogar sagen zum Menschen, so besonders wichtig. Ich meine, eine Rede soll für Klarheit sorgen und nicht dazu missbraucht werden zu manipulieren. Absichten zu verheimlichen, zu verschleiern oder Fakten zu verdrehen. Im Mittelpunkt meiner Rede stehen immer die Menschen, die mir zuhören. Sie sind gekommen, weil sie etwas interessiert. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen etwas mitnehmen und ich als Redner möchte überzeugen. Also sind wir Partner. Wenn wir Partner sind, dann heißt das, dass wir uns aufeinander einstellen. Die Frage ist, welchen Beitrag leiste ich als Redner? Um mich auf mein Publikum einzustellen, habe ich mir angewöhnt, es von vornherein als mir freundlich gesinnt einzustufen. Das macht es mir leicht, mich mit ihm auf eine gemeinsame Ebene zu begeben. Ich bin mir allerdings zweierlei bewusst. Erstens, ich genieße allein durch meine Position als Redner eine oft im wahrsten Sinne des Wortes hervorgehobene Stellung. Und zweitens, ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann und keinesfalls jeder meine Meinung teilen muss. Also stelle ich mich darauf ein, andere Sichtweisen und Interpretationen zum selben Thema zu akzeptieren. Ich sehe keinen Sinn darin, mir meine Aufgabe durch eine negative Einstellung zum Publikum zu erschweren. Einen allgemein gültigen Ratschlag, wie Sie die richtige Einstellung zu Ihrem Publikum finden können, habe ich leider nicht für Sie. Da wird jeder seinen eigenen Weg suchen und finden müssen. Ich versuche jedoch immer, mein Publikum da abzuholen, wo es steht. Das gilt insbesondere für den Sprachgebrauch. Mir ist bewusst, dass sich eine Rede, die ich vor Professoren halte, formal und sprachlich von einer Rede unterscheidet, die ich Mitgliedern der Handwerkskammer vortrage. Ich verwende verschiedene Begriffe, andere Bilder, andere stilistische und rhetorische Figuren, die immer strikt auf die Zielgruppe und deren Erwartungs- und Erfahrungshorizont bezogen sind. Zudem spielt die Umgebung eine große Rolle. Es macht einen Unterschied, ob ich die Rede in einem exquisiten Umfeld halte, bei der das Publikum in Abendkleidung meinen Worten lauscht oder in einer Gaststätte, in der am Stammtisch heiß diskutiert wird. Stets aber sind die Begriffe, Bilder und Figuren, die ich verwende, das Ergebnis meiner prinzipiellen Einstellung zum Publikum. Nur wenn ich mein Publikum ernst nehme, kann ich erwarten, dass es auch mich ernst nimmt und wenn es anderer Meinung ist als ich, so akzeptiere ich das. Allerdings verlange ich dann auch, dass das Publikum seinerseits toleriert, wenn ich eine andere Ansicht vertrete. All das hat mit meiner Einstellung zum Publikum zu tun. Es lohnt sich also, vor jeder Rede zu überprüfen, welche Einstellung ich denn eigentlich gerade zu meinem Publikum habe. So sollte es nicht sein. Vielleicht ist es Ihnen nicht immer bewusst, aber für die eigene Einstellung ist jeder Einzelne selbst verantwortlich. Das kann uns leider keiner abnehmen. Um noch einmal auf meinen Anfang zurückzukommen. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, soll Konrad Adenauer gesagt haben. Sei der Mensch, der du bist, immer und überall. Dieser Satz ist dem Freihahn von Knigge zuzuschreiben. Auf unserer Rhetorik-Expedition werden wir immer wieder Menschen begegnen. Solchen, die uns wohlgesonnen sind und solchen, die uns kritisch gegenüberstehen. Also, nehmen wir unser Publikum so, wie es ist. Es gibt kein anderes.